Hallo und herzlich willkommen von neuen Fall Korps, hier ist mit dem Alex. Hi Leute, was geht? So, mal schauen, was wir geben. Wir haben Real Madrid. Ne, Barcelona. Okay. Keine rote Karte kassieren. Die Wiese. Ja, ist immer ganz gut. Oh, schon wie so ein schwules Herr spielen. Sollte meine Gegner heute auch in Ordnung haben. Jetzt komm mal chillen. Jo. Warum ist es keine gelbe Karte? Du hast den Neymar zu Fall gebracht. Sorry Alex, ich wollte... Ja, sorry. Ich hab den im Moment verkackt. Jo. Ja, der hat den, keine Ahnung, so behindert mitgenommen, den Ball. Ja, der hat drei Stunden für gebraucht. Ach komm. Alter, was sind das für Kindergartenpässe? Oh, Mann. Oh, Mann. Auf, Müller. Die Flanke war so kacke von Lewandowski, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war Dreck, das war ein Pass, Mann. Ja, gut, war eher ein Schuss. Oh, Mann. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren, damit wir nicht so abscheißen. Ah, na gut. Mach jetzt. Auf geht's. Oh, oh, oh. Alter, Robben, du sollst dich bewegen und an die Mitte flanken, Alter. So steif wie so ein Block, Alter. Mit Stein. Ich komme mit irgendeinem Spieler angerannt. Ja, mit dem, wenn ich ihn kriege nochmal. Das ist zu spät. Ja, egal. Du hast ihn nämlich auch im zweiten Anpass nicht gekriegt. Ja, genau. Ja, es gibt mir Konter. Es gibt 2-0. Äh, es ist 1-0. Ja, erstmal wieder ein Spieler weg. Da musst du schießen. Er konnte einfach nicht so wetten, Erickster. Weil ich die ganze Zeit den Spätweg zugemacht habe. Oh, und so eine... Der eine Zeit verletzt. Der Müller hat sich verletzt. Ja, ich bleib mal bei dem hier. Boah. Alter. Schau mal, wie man ihn auch mit dem Wunder vibriert hat, ja. Schön. Ach, komm, weißt du? War doch auch Ball getroffen. Snymer oder Messi direkt faul. Ja, wir nehmen den Ball kurz vorher, bevor ich... Ich komm da schon reingespindelt und er... Okay, nehmt einfach den Ball kurz zur Seite und dann... Ja, wow, ist faul. Hurensohn. Hurensohn. Weißt du, unsere Apfelspiele gehen aber auch nie hoch in die Zweikämpfe. Na, machen sie halt auch nicht. Geh doch rüber, Mann, zu dem! Ja, genau. Easy. Was ist das? Er holt Messi den Ball runter. Lauf, Mann. Unten, gib mir den unten. Ganz unten. Boah, Alter. So blöd zum Kacken, Alter. Genau in den Moment rein... Ja, genau. Ich dachte, sie gehen in den Moment teurer, ne? Robben. Okay, jetzt rennen die gerade zu Robben. Hab ich da schon voll gedrückt. Oh, lauf, du Bastard. Nein, bringt der ihn nicht mehr. Ja, Hurensohn. Wir benutzen das Wort etwas inflationär, aber ist egal. Come on. Paltzheim. Ich spiel, wir sind, man merkt echt, dass wir in Liga 1 sind, leider. Also, von der Schwierigkeit her. Weg, Mann. Kurz vor, er hat er noch bekommen. So knapp. Nein. Lauf. Oh, 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 oh. Der nimmt doch in die Hand. Ja. Na, genau, nimmt er in die Hand. Lauf doch hin, Mann, du Bastard. Der läuft nicht. Ja. Danke, Alex. Das war beinah unsafe. Ja. Ich wollte das auch noch reinkriegen. Lauf, Mann, jetzt. Was ist denn los, Alex? Ich versuche, etwas zu machen, das funktioniert nix einfach. Das ist aber kacke, dass es nicht funktioniert. Was ist das? Lärm, Alex. Ich werde einfach eine Sekunde wieder zu spät kommen für das Ding. Nice. Passt doch einfach, Mann. Ja, genau. Das war der Weile in den Abbau, da. Viel zu weit, Mann. Wendekreis hat zu. Ja, genau. Der fickt dich voll weg, ja. Und macht damit für seinen Mate die Bahn frei. Und der Schiri sieht es nicht, weil er scheiße ist und nicht die Augen da hat, wo es sein soll. Ich kann auch einfach irgendwie einen Spieler als Rambock vorschicken. Ach, genau dahin war genauso gewollt, ja. Oh. Auf, mit, Mann. Ah. Ah, nee. Das Spiel ist halt echt wieder stark belastend. Und er hält ihn halt auf. So krass wie ich. Das ist Bufon, der Hurenrentner, Alter. Hä, Bufon? Bei Barca? Ach, sorry. Wie ist es machen, und er ist das Spiel hängen geblieben? Deine Mutti, die ist auch hängen geblieben. Das ist der Stegen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ne, muss er nicht. Ja, oder der andere. Spaß dir halt. Weißt du, wie ich nicht, Mann, ich hoffe, der den Ball in irgendeiner Art anzunehmen. Alter! Alter! Ist in Ordnung, Halbzeit. Ja. Ich wollte, der Freistuch, der geht in den Freistuch, leider. Das wäre doch lächerlich gewesen. Oh, Mann. Wir hatten nur eine Chance aufs Tor. Nice. Wir kamen vor, als wären wir viel dominanter gewesen. Irgendwie waren wir wohl doch nicht. Ne, wir waren noch nicht dominant. Das Spiel war einfach nur so ein Mittelfeld-Scheiß-Spiel, ja. Mensch, das gebe ich mir jetzt nicht. Ich habe Bock auf. Rebrief, Schuss, Komm, Mann, Reiner. Also, der hat Rebrief eh gelb. Oh, dann muss er das Spiel übrigens wieder aufgeben. Alles klar. Wir hatten keinen Bock mehr. Nice. Naun-Spiel, oder wie? Ja, komm, sagen wir, es war schon eine Folge gewesen. Wir sind bei der, genau der Halbzeit gewesen, ne? Und dann würde ich mal sagen, hallo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.